Wir drehen jetzt ein Video, Bruder, ich weiß nicht was, wir drehen. Auf jeden Fall ein Video. G wird behindert. Ja, wir sehen Bendo, lieblich. Fällt mir auf Instagram, Bruder. Wir drehen jetzt ein Video. Ich brauche noch Handschellen. Auf jeden Fall, wir drehen jetzt ein Video. Wir sind jetzt hier im Bendo. Jetzt kommt Jimani seine Zähne. Wir haben schon die Zähne von Ojo, JC gedreht. Ja, jetzt Bendo, Zähne. Schauen wir mal, wie das wird. Das ist ein Ghetto. Das ist so ein Ghetto. Weißt du, da sind einfach Ältere hinten am Grillen, kleine Kinder zugucken. Und dann ist das normal. Da dreht man ein Video. Oder nicht? Nächstes ist Ghetto 4. Ghetto 4? Ja, Mann. Es geht! Das sind meine kleinen Jungs und Ghetto. Kleine Jigala. Ghetto 4. Du kannst gut mit Kindern, ja? Ja, normal. Ghetto 4. Das ist Big Shook. Das ist unser Manager. Das ist mein Problem, was Bruder, der kommt. Am 30. Es wird gebrochen. Am 30. Sie sind da. Ich hab schon geliked bei denen. Ich bin auch am 30. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, komm, komm, komm. Genau, siehst du, komm mal hier. Da, das ist Lucky Felix. Genau, ja, das ist Lucky Felix. Armani von Triple Double. T-Shot Armani. Er macht das schon. Er macht das schon. Nicht mehr Zero Double Gs. Zero Triple Double. So Leute, jetzt ist es gerade. 19.16 Uhr. Und wir haben nicht mal ein Video fertig gemacht, Amuna. Aber heute ist die Nacht jung. Wir fahren sogar noch nach Belgien, Amuna. BX Amuna. Wir gehen Negativ Clan besuchen. So, und jetzt, ähm, ich hab keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ciao. Geht. Ähm, ja, Mann. Jetzt wird weiter gedreht. Wir sind jetzt hier schon an der, ich glaub, vierten, fünften Stelle, glaub ich. Na ja, voll designiert, so wie immer. Immer überall designt, so, so. Und jetzt geht's erstmal ab mit, ähm, Ojo, seinem Part. Chester, ich glaub, die sind auch schon fertig. Wir sind jetzt gerade im anderen Bendo. Gerade bei meinem Ausbettel. Hier, komm mal weiter. Hier, komm mal weiter. Hier, komm mal weiter. Das ist mal, mein Chhabibi Akin. Ihr wisst, Jungs. Hier, neuer. Hier ist Big Kadda. Big, 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 big Kadda. Komm mal ruhig. Kommst weiter, Bruder. Ihr weiß, wie ist BG. Mit den Jungs. Mit den Jungs. Mit den Jungs. Mit den Jungs. Hier ist Jemani. Wir wollen das kurz am Chilling. Hier ist der Double Z. Komm mal, komm mal, komm mal. Hier ist David. Der Mann des Mannes. Gut General, gut General. Niede City. Hier ist Thames. Werther. Hier ist Theröö. Baby, ha, 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 ha. Lass drehen, Bruder. Wir machen jetzt weiter. Pax, Bruder. Freund. Das ist mein Freund. Weltsch. Das sind meine Freunde. Leb. Das sind meine Freunde. Das sind meine Freunde. Ich schwicke mich. Das ist mein Freund. Ja, das ist meine Freunde. Hey, gibt's? Das sind meine Freunde. Das sind meine Freunde, Jemani. Das ist auch mein Freund. Ich nenn den ab heute ab, aber komm mal mit Fitsch. Danke für die Mannschaft. Ich hab auch ein Feind. Komm, 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 komm. Hey, zu viel jetzt. Aber Bruderliebe, Hassliebe. Wir haben Hassliebe, bitte. Hassliebe, Bruder. Der ist ein junger Junge. Auch Hassliebe. Ich mag die zwei eigentlich nicht. Wir sind hier, ich weiß nicht warum. Der kann nicht rappen, der Dopp. Was der gemacht hat in FIFA, Bruder. Okay, let's go. Ich muss klären, dass Big Boys hier bleiben. Wir müssen weg. Verstehst du, Jimani muss weg. Aber du musst immer auch reinkommen, wenn ich weg bin. Das ist was ich meine. Und deswegen muss ich sorgen, dass die Leute wieder ab in der Arbeit gehen. Big Cash ist hier, Nordrhein-Westfalen. Weißt du was, Young Witch Familie. Ihr wisst wahrscheinlich. Das ist der Doppelzett. Wir ficken das Deutschrap. Ihr habt keine Chance. Ihr räumen euch leer. Ihr Penner. Gucci, you know what I'm eating. Das ist die braune Seite komplett. Nur Käse. Soße, kein Garnix. Nur Görus gleich. Mit Käse überbacken. Dann bringst du mir Pommes, heiße Curry-Soße. Rosswiebel, ne? Und dann einen Salat, Tomatensalat mit Mais. Grautsalat und Karotten. Aber ich sagte gleich. Wo sind wir gerade? Äh, was ist das hier? Lucky Felix. Seht ihr euch schon mal von Double Z aufgenommen? Ja. Und für unser Management. Ja? Also der Lucky Felix kann ich es erklären. Also hier sind wir. Ja. Habt ihr gesehen? Ja. Wir sind nicht. Ja. Arstan ist unten. Mach mal mein Bruder. Der kommt von oben. Und der andere kommt von unten. Und der bleibt so stehen. Ja ja. Der bleibt so stehen. Ich finde das auch bisschen... Regisseur Double Z. Dankeschön, danke schön. Ich will das einmal nur, weißt du? Einmal so. Double Z. Das ist der Aufschnitt von dem Lied, ne? Was? Hört mal, hört mal, hört mal. Ich krieg einen kleinen Vorgeschmack, ein ganz kleines. Ein ganz kleines. Ein ganz kleines. Ein ganz kleines. Ja. Ja. Ich mach die Zahlen so gut. Junge aber tief mit einem großen Ziel. ...eiges abgeht und die gegeneit have been killed... ...wipen mein Doppel llamиков ... ...wipen mein Doppel? Wipen mein Doppel�n, dass das war. Mein Quadrat fractal. Höchst высchanging. Jede sich egal wenn er ins Witt player ist für mich ... Rettungsgast oder sowas. Ich will dich, ich will dich, ich will dich. Erste Partikel gemacht, Jaycee, Drester, Ojo, Ojo, Meg. Wer kam danach? Kein Name. Jerry. Hei, 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 Jerry. Guck mal hier, guck mal diese Aussicht. Guck mal, Jerry nimmt sie auseinander. Nimmt sie auseinander. Wir zeigen euch, wie man Affenvideos macht. Hei, 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 guckt ihr, wie das geht. Und danach geht's ab, nach. Ja, würdet ihr einfach sehen, Überraschung auf Autobahn. Guck mal. 500 Gang. Ich hab hier gerade in Belgien. Ich sag euch, diese Mixer-Bot-Bot-Gang. Ich hab hier alles. Ich hab hier alles. Nein, nein, das ist gut. Also Leute, wir sind heiß. Wir sind richtig heiß. Ich weiß was was heißt. 5200 in Bendo Gang. Das erste Mal in Brüssel. Ich kann kein Wort französisch, aber... Ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Ich habe ein Piff auf meine Autoroute. Gang, gang, gang. Ich bin auf der Seite. Ich bin mit Thailand, aber sie kann sehr... Wir bringen die Pflanzen zum Wachsen, 5208 Die Schwester, immer sein Wir bringen die Pflanzen zum Wachsen, 5208 Kokaina, Kokaina, Kokaina BX Amna, Alter. Wir sind gerade in Brüssel. Hier, wie ihr sehen könnt. Schöne Skyline abends. Hier werden die letzten 10 gedreht von 520 M-Bendo. Wir sind auch M-Bendo mit Negativ-Clan hier. Die Brüder sind da. Ja, kannst du filmen. Ja, ganz normal. Die Brüder, ja. Kannst du filmen. So, gleich drehen wir noch ein paar 10 M-Bendo. Ja, und danach wird ein bisschen gefeiert manchmal. You know. You know. Das ist das Leben. Verstehst du? Oh, gefälschte Sachen. Meine Niggas tragen gefälschte Sachen. Ein bisschen schören, ja? Ein bisschen schören, okay? Ufu. Drei? Wie heißt der Mann? Drei, sechs, eins. Du, ich nur mit dir. Ich will keinen Stress mit dir, aber mit Designern, wir beide, wir haben Krieg. Wir haben Krieg. Das ist mein Mann Lara Fall. Aus Brüssel. Wir sind in Brüssel. Verstehst du? Nimm die Scheiße auf, Mann. Weißt du, was ich meine? Hier ist NC, donc. Wir sind in... Isercity. Isercity de Bloc. Aha. Verstehst du, was ich meine? Wir kennen den Block. Hier kommt kein Tourist. Drescarat. Totorino. Ich bin hier irgendwo, Arsch der Welt, guck euch das mal an. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin irgendwo in... Wo sind wir, Bruder? Nein, äh, Brüssel. Brüssel, Arsch der Welt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Ich weiß nichts mehr. Ich war einfach der Arche. Wie heißt du denn? Tags vor mir. Ich weiß nicht. Wie heißt es? Ich weiß nicht mehr. Katzknick, mach weg. So endet die Nacht von einem Rapper. Es ist... Das ist die Nacht, Junge. Es ist schon morgens. Oh, morgens. Bis 12 Uhr sind wir noch auf jeden Fall hier. Aber hier beende ich jetzt diesen Bände-Bloc Nr. 3. Ich hoffe, wir sehen uns im Bände-Bloc. Wir sind hier bei Negativ-Cloud zu Besuch. Ich weiß nicht, die Familie ist. Ich bin nur gelber. Wie, Eljero, hat Abschied gemacht? Von hier, von hier, Brüssel? Ja, oder? Hör mal zu, Eljero. Ich hätte das Abschied, ich mache Abschied. Ich habe damit angefangen, ich hätte damit auch. Auf jeden Fall, wir sind gerade hier, wir gehen gerade zum Auto. Die anderen sind, glaube ich, dahinten. Schönen mal, schönen mal dahinten. Wissen wir irgendwo auch? Nein. Scheiße, wir laufen hier im Ghetto rum. Wir wissen gar nicht, wo wir sind, aber ja, wir wissen doch. Das ist wahrscheinlich, die sind Big Boys. Die sind Big Boys, die wissen, wo wir gepackt haben. Hier ist mein Nr. Jerry. Eieieieiei. So da. Eieiei. Eieiei, drei Millimeter im Handtuchfach. Meine Twins sind da vorne. Big Boys. Twins von live, Bruder. Dann ist die Team, ich mache einmal hier ganz kurz. War ein schöner Tag mit meinen Jungs. Wir gehen jetzt alle pennen im Auto, denke ich mal. Stecken eure pennen alle ein. Was wir alles zu uns genommen haben, stecken eure pennen ein. Aber macht euch keine Sorgen. Mixtap kommt bald. Bebeckseh im Mixtap. Dieses Jahr für uns Schwarzen. Vertraut mir. Wurst von der Gang. Scheiße, wir wollen Geld. Ups. Scheiße. Zweige.